Ja, ein bisschen dämpfert würde man jetzt in Bad Ischlsagen, in ihrer Heimat in Salzburger Land. Was für ein tolles Tor. Schauen wir nochmal rein. Kurz ausgeführte Ecke. Caroline Simon, dann erklärt erstmal Kirby genau auf den Schlag. Und das sagt, ja, sind das 25? Knapp. Aber perfekt erwischt. Sensationelles Tor von der Österreicherin. Drüben. Und jetzt steht's 1 zu 1.